Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wir sehen uns in der Basis. Bald, hoffe ich. Ja. Okay, Operationssaal, Trauma, Intensiv. Dann mal los. Gott. Shit. Sie hatten keine Ahnung, was ihnen blüht. Sieht gar nicht so schlimm aus. Ihr habt euch gut gewehrt. Gut, dass ich beim Ausbruch nicht dabei war. Nahtaufnahme. Das Traumazentrum muss da drin sein. Das Traumazentrum muss da drin sein. Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Wo bin ich nur reingeraten? Operationssaal. Gut. Alles klar. Fuck. Okay. So. 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 So.